Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Studierende, liebe Studieninteressierte und liebe Schülerinnen und Schüler, herzlich willkommen noch einmal zu diesem zweiten Video, das ganz dem Lehramtsstudium an der Fakultät Sprachliteratur und Kulturwissenschaften gewidmet sein wird. Ich hatte das im ersten Video, das ich in der Beschreibung zu diesem Video und als Info gerade hinterlege, das Lehramtsstudium ein wenig hintangestellt und mich vor allen Dingen zunächst auf die Vorstellung der Fakultät und der Fachstudiengänge konzentriert. Das Ganze hat keine fachwissenschaftlichen Gründe, sondern ist ihr organisationsstrukturell motiviert und deswegen würde ich ganz gern heute dieses zweite Video noch einmal nachschieben, um das Ganze zu erklären und Ihnen auch zu erläutern, auf was Sie sich einlassen dürfen und freuen dürfen, wenn Sie ein Lehramtsstudium an der TU Dresden aufnehmen in einem der Fächer am Bereich GSW. Diese Folie kennen Sie vielleicht, wenn Sie das Video zur Vorstellung der Fachstudiengänge schon gesehen haben. Es zeigt, dass die Studierendenschaft im Lehramt am Bereich GSW den größten Anteil darstellt und die Fachstudiengänge im Bachelor- und Masterstudiengang an der Philosophischen Fakultät und der Fakultät Sprachliteratur und Kulturwissenschaften etwas weniger sind. Allerdings ist das unproblematisch und ich zeige Ihnen auch, was das Spezifikum des Bereichs GSW im Hinblick auf das Lehramtsstudium ausmacht. Wenn wir nämlich auf die Studierendenschaft schauen, sehen wir noch nicht, wie sich die Fachzusammensetzung darstellt. Es ist so, dass es für das Lehramtsstudium im Wesentlichen drei Säulen gibt. Sie studieren zwei Fächer zunächst und einen bildungswissenschaftlichen Anteil. Der kann je nach Schulform unterschiedlich groß und weit ausgebaut sein. Und in den Fächern selbst studieren Sie neben dem fachwissenschaftlichen Anteil noch einen fachdidaktischen Anteil. Dazu komme ich aber gleich noch. Die Fächergruppe 1 und 2 ist so geordnet hinsichtlich der Fächer, die Ihnen beigestellt sind, dass Sie bestimmte und beliebte Kombinationen miteinander studieren können und auch nicht zu eng aufgestellt sind, sodass Sie idealerweise auch in einem zukünftigen Lehrerinnenkollegium an einer Schule Ihre Fähigkeiten und Kompetenzen gut einbringen können. Denn es nützt Ihnen nichts, wenn an einer Schule 57 Deutschlehrer angestellt sind, die entweder Englisch oder Geschichte als zweites Fach mitbringen, sondern das soll schon ausgewogen sein und auch darauf zielt die Einteilung der Fächer zu Fachgruppen ab. Allerdings wird man relativ schnell sehen, dass der Großteil dieser Fächer, nämlich Deutsch, Englisch, Französisch, Latein, Italienisch und Russisch für die Fakultät SLK, und die Fächer Ethik, Philosophie, Evangelische Religion, GRW, Geschichte, Katholische Religion, Kunst und Musik, hier zusammen mit der Musikhochschule an der Philosophischen Fakultät den Großteil der fachwissenschaftlichen Ausbildung der Lehramtsstudiengänge ausmacht und die dritte Säule, die Bildungswissenschaften aus der Fakultät Erziehungswissenschaften mit psychologischen Anteilen kommt. Wenn man also so will, ist das ganze Lehramtsstudium an der TU Dresden, außer die fachwissenschaftlichen Inhalte aus Geografie, Mathematik, Physik, Chemie und Informatik sowie Anteile aus der Psychologie allein aus dem Bereich GSW geleistet. Das muss man sich klar machen, denn das hat eine besondere Folge, nämlich dass wir uns überlegen müssen, wie wir fachwissenschaftliche Ausbildung und Lehramtsausbildung sehr gut nebeneinander parallel laufen lassen und synchronisieren und aufeinander abstimmen. Und das ist in anderen Fakultäten möglicherweise anders. Deswegen verwundert vielleicht auch für uns besonders stark die Ausdifferenzierung zwischen Fach und Lehramt, da das Lehramt über das ZLSB-Zentral für die gesamte Universität koordiniert wird. Aber darauf komme ich noch zu sprechen. Schauen wir uns möglicherweise dann noch einmal als Rückgriff nämlich genau das Bachelorstudium an. Ich kann das besonders gut für das Fachdeutschen bzw. Germanistik sagen. Die Lehramtsstudierenden studieren dieselben fachwissenschaftlichen Inhalte wie unsere Bachelorstudierenden. Allerdings nicht in drei Jahren, sondern in fünf Jahren. Und das hat den Grund, dass sie natürlich neben der fachwissenschaftlichen Ausbildung auch die fachdidaktische Ausbildung mit in dieser Zeit unterbringen. Und das bedeutet, dass zum Ende ihres Studiums im vierten und fünften Studienjahr auch Lehrveranstaltungen der Masterstudiengänge für sie geöffnet werden. Im Wesentlichen aber der Aufbau dem des Bachelorstudiums gleicht, indem sie nämlich Basisvertiefungen und Ausbaumodule studieren und gemeinsam, also mit den Germanistikstudierenden, eine gemeinsame Studierendenschaft bilden, zum Beispiel für das Fach Deutsch-Germanistik. Je nach Schulform nimmt die Komplexität des fachwissenschaftlichen Studiums nach hinten hinzu. Denn zum Beispiel die Interessierten von Ihnen für das Grundschullehramt haben bei uns sehr viel weniger fachwissenschaftliche Inhalte und dafür eher didaktische Inhalte, die dann durch die Fakultät Erziehungswissenschaften bereitgestellt werden. Und hier kommen wir zu dem organisationsstrukturellen Grund, warum es jetzt in der Vorstellung eine Unterscheidung zwischen Fach- und Lehramtsstudiengängen gibt, obwohl, wie gerade gezeigt an der Fakultät SLK, Fach- und Lehramtsstudium fachwissenschaftlich parallel laufen. Nämlich, dass die Lehramtsbildung an der TU Dresden zentral organisiert zusammenläuft am Zentrum für Lehrerbildung, Schul- und Berufsbildungsforschung. Das muss ich leider immer noch ablesen. Abgekürzt Zettel des B, so ist es für die meisten bekannt. Und das hat auch Auswirkungen für die Vorstellung auf dem Hochschulinformationstag. Und das würde ich Ihnen jetzt sehr, sehr gern zeigen. Wenn Sie die Startseite zum Hochschulinformationstag 2023 öffnen, werden Sie sehen, dass neben der Begrüßung und allgemeinen Hinweisen auf die Kommunikationsform und möglicherweise auch erste Klosare, dass Ihnen hier die fachwissenschaftlichen Studiengänge vorgestellt werden und das Lehramt, Studienbereich Lehramt, einen eigenen Bereich hat, der nämlich durch das ZLSB koordiniert wird. Und es ist hier egal, auf welchen Links Sie klicken, Sie kommen immer auf die Informationen zum Lehramt. Und neben allgemeinen Vorstellungen dieser Studiengänge, also die Studiengänge im Überblick, sehen Sie auch ein separates Programm, was Sie in das Lehramtsstudium oder das Studium des Lehramts tatsächlich einführt. Und wir verweisen auf unsere Fakultätsseite darauf, dass es diesen separaten Bereich zur Lehramtsausbildung gibt. Nichtsdestotrotz, Sie studieren, um das noch einmal deutlich zu sagen, an der Fakultät SLK einen fachwissenschaftlichen Anteil in Ihrem Studium. Und dieser läuft parallel zur Bachelorausbildung bzw. dann im vierten und fünften Studienjahr mit vereinzelten Angeboten aus den Masterstudiengängen, insbesondere dem Master Europäische Sprachen, dem Masterstudiengang Literatur und Kultur im gesellschaftlichen Wandel und dem Masterstudiengang Digital Humanities. Das Ganze zu koordinieren dürfte und den Überblick zu behalten, dürfte für Sie nicht so einfach sein. Deshalb noch einmal zurück auf die Slides gilt insbesondere für Sie, dass Sie bitte das Angebot zur Studienfachberatung wahrnehmen möchten. Wir haben an unserer Fakultät, an jedem Institut Studienfachberatungen für die Staatsexamina, also das heißt die Lehramtsstudiengänge. Und ich habe Ihnen hier auf dem Slide den Link hinterlegt mit einem QR-Code und werde diesen Link natürlich auch in der Beschreibung zu diesem Video und als Infokarte für Sie hinterlegen. Ich hoffe, dass damit zunächst einmal klar ist, warum wir diese Trennung, diese recht künstlich wirkende Trennung für die Fakultät SLK in der Vorstellung der Studiengänge vornehmen. Ich möchte noch einmal betonen, dass Sie im Wesentlichen ein gemeinsames Studium Germanistik, Deutsch, Anglistik, Amerikanistik, Englisch vor sich haben und es allein organisationsstrukturelle Gründe gibt, weshalb die Vorstellung und die Bewerbung der Studiengänge durch unterschiedliche Struktureinheiten der Universität vorgenommen wird. Ich hoffe, dass ich mit diesem kurzen Video noch vielleicht möglicherweise anstehende Fragen in diesem Bereich klären konnte. Wenn Sie Fragen und Informationsbedarf haben, wenden Sie sich bitte an unser Team der Fakultät SLK hier auf dem Hochschulinformationstag oder sprechen Sie die Studienfachberaterinnen an, die für ein spezifisches Lehramtsfach für Sie ideale Ansprechpartnerin sind und sich auf Ihre Anfragen freuen. Ich hoffe, dass ich Sie an der TU Dresden zum Wintersemester begrüßen kann in dem einen oder anderen Fach als Studienkahn, hoffentlich auf der Erstsemestereinführung im Oktober. und bis dahin bin ich ganz herzlich, Ihr Alexander Lasch. Ciao. 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 Ciao.